So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres Ruhrpots. Wir wollen heute ganz kurz ansprechen die Frage oder das Problem oder die Situation der Normenhierarchie. Der Ausgangspunkt für unsere Überlegung ist zunächst einmal Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Dort heißt es, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Daraus ergibt sich zunächst einmal die Unterscheidung zwischen verfassungsmäßiger Ordnung einerseits, Recht und Gesetz. Nur die Gesetzgebung, also der Gesetzgeber, ist nur an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Das bedeutet, das Gesetz ist an die Verfassung gebunden. Die Verfassung ist also dem Gesetz vorgeordnet. Dementsprechend dürfen Gesetze des Gesetzgebers nicht gegen die Verfassung verstoßen. Umgekehrt ist die vollziehende Gewalt, also die Exekutive, die ist dann auch an Recht und Gesetz gebunden. Da kann man sich kurz Gedanken darüber machen, was die Unterscheidung zwischen Recht und Gesetz ist. Das ist historisch begründet. Also gehen wir mal davon aus, Recht und Gesetz ist eins. Dann ist also die vollziehende Gewalt an das Gesetz gebunden. Das heißt, alle exekutiven Maßnahmen müssen dem Gesetz entsprechen, dürfen dem Gesetz nicht widersprechen. Und exekutive Maßnahmen sind nicht nur Verwaltungsakte im Einzelfall, § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz, wir werden darauf noch ausführlich eingehen, sondern exekutive Akte sind auch exekutive Legislativakte, also untergesetzliche Normen, also Gesetze im materiellen Sinne, also abstrakt generelle Regelungen, aber eben solche, die nicht vom Gesetzgeber, sondern von der Exekutive erlassen werden. Das sind insbesondere die Verordnungen. Wenn also die exekutive Verordnungen erlässt, dann ist sie dabei an das Gesetz, an das Parlamentsgesetz, also an das Gesetz des Gesetzgebers gebunden, so sagt es Artikel 20 Absatz 3. Das führt dazu, dass wir eine Normenhierarchie haben. Oben steht die Verfassung, an die ist das Gesetz gebunden. Dann kommt das Parlamentsgesetz, das Gesetz des Gesetzgebers und daran ist dann die exekutive Normensetzung gebunden, also insbesondere die Verordnung. Diese einfache hierarchische Ordnung wird so ein bisschen durcheinandergebracht dadurch, dass wir daneben ja auch noch die europäische Rechtsordnung haben. Und die europäische Rechtsordnung in dieser simplen Struktur des Artikel 20 Absatz 3 zunächst einmal keinen richtigen Stellenwert hat. Wir würden uns mit der Bedeutung des europäischen Rechts für die Normenhierarchie in einem anderen Podcast nochmal beschäftigen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.